So los geht's wir sind immer noch das gleiche Fünferteam und Elle ist wieder auf ihren behinderten fünf Minuten sowie die letzten 45 Minuten Du bist mit ihr in der Schule Oh Gott ich ey du tust mir so leid Ich dachte Pille sitzt neben dir Ja tu da Christi ist nicht weit entfernt davon Und neben Pille sitzt auch Max 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 Da ist Blitzy Da ist Blitzy Da 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 Ah da Ah da Ah da Ah da kann doch auch so steckt an Ah 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 in den händler er hat das ist so tot doch nicht er der wäscher oder war das wenn Kann es sein, dass du hier in dem Busch standest? Äh, ja... Ja, da fällt sich der Blitz immer hier hin und macht den nochmal hier rein. Nicht hier auf da? Achso, ich dachte aber der steht hier und macht dann da. Der steht hier und macht da. Ah, mit seinem, mit seinem, ähm, Fangarm. Nidali, da ist sie wieder. Achtung, hier ist Blitzy drin. Ich hab nur eine Farm. Ich hab zwei. Belltisch. Halt. орг blitz fehlt ist immer noch im busch der richtige moment alles klar und keine Ich, ich führe, ich führe euch Oha Ey, jetzt hör mal auf, so rumzuspacken Oh mein Gott, war der schlecht Wenn er das jetzt schon als Spacken bezeichnet Ey, du bist ein bisschen leise übrigens Echt? Ja Immer, immer leise Wenne, guck mal in Kelle, ich glaube die Russen sind da So, Margret Er hat mal in die andere Richtung, oder? Stop, geh, mach Alter Schwede, jetzt wäre ich gerade fast draufgegangen Fast Aber nur fast Fast Aber nur fast Aber nur fast Sehr bescheiden Boah, ich mach keinen Schaden Oh, ich mach so schätze Ich hab mir ja schade Ich hab's nur den cooleren Skin Übrigens war Lee Shin gerade bei mir oben Wie? Oh Gott, ist der Blitz scheiße Lee Shin Lee Shin Lee Shin Lee Shin Lee Shin Lee Shin Nein, der heißt bei mir Lee Shin Lee Shin Weil ich einfach jetzt Shin sage Auch, sag's doch Master G Ja, ich sag auch Master Xi Master Yi Master Xi Master Yi Ob du China sagst Nein, ich sag Gina Angina Sag ich genau Wollen wir mal den Blitzy da ein bisschen rauslocken Oh Gott, nein Nein Was? Los, du kriegst die Elle Du kriegst die Elle Nee, du kriegst die nicht, weil du so schlecht bist Oh, Elle, ey Wieder alles verkackt Alles wegen Elle Alles wegen dir Ich kann mir nicht mal BF-Sort leisten Was ist los hier? Oh, Elle Ähm Nein Doch Ähm 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 Wohin genau Wohin genau Ja genau Und genau in dem Moment Trinkst du mein Handy an den Pfeifen Pfeifen? Nice Alter, jetzt kommen wir einfach mal einen Schritt näher, du blöde Bitch Nein Nein Geh weg Wollen wir die killen? Ja, können wir machen Aber die hat Ulti Ich nicht Okay, zu weit Hast die Oh, sie hat schon Static Schiff Oh 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 Was ist das für ein Spruch, ey Warum eigentlich das kann? Soll ich mal ein Top kommen, brauchst du Hilfe? Blitzy kommt, äh, Mitte Oder Dragon Meiner, 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 meiner Ja Ja Ach, läuft Achso Ich hab mir mal kurz durchgehoben Dun, dun, dun Leeshin, bitte Leeshin Du hast aber gleich gewusst, was ich mein Leeshin Oh Gott, schlecht Oh Gott Leeshin Leeshin Ja, ein bisschen Weißt du, ich bin davon ausgegangen, dass sie genauso schlecht ist wie der Sport like Autoppen Vogel Kner word Mom Ja Na 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 Rin D D D Ding, 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 ding Jetzt hab ich Ulti Er hat Ulti? Ich hab Ulti Ja, warum auch immer Erwin, du hast mir einfach gedacht Du bist so froh, was die Scheiße auf Ulti Ja, eben Peace Besser als du Ich glaube ich auch Jetzt geh mal mit deiner Scheiße Ulti drauf, komm Jetzt Ich oder was Oh man 25 Sekunden Ich hab keine Mana mehr Ich muss zurück Außerdem kann ich mir jetzt endlich PF zu Ort holen Recht Eine Mana Jawoll, Elle kommt Ja, aber mit nicht so viel Leben Elle, gib's hier, gib's hier Die da, die da Die da, die da, die da Die da So, BF Sword endlich Ich bin der Einzige, der schulden hat Recht jetzt Lol Ja Dead Feeding War, 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 so ein Laufiger War, 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 so ein Laufiger War, 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 so ein Laufiger Hehehe Hehehe Merklöste, Elle sterben lassen Hehehe Das läuft Hehehe Seid mal ein bisschen netter zu meinem Sporter Ohne Witz Hehehe Toplane fehlt Toplane fehlt Hehehe Ok Sorry, für Steal Ah, hier war ja gerade am sterben Good Job Internet Ja, genau, jetzt ist wie das Internet fehlt Let's see how close Irgendwie fehlt Top immer noch übrigens Ne, was, wer, wie Einer, ein Gott, der hat Richtung Drache In seinem Kugel behauptet Also, ich hab' keine Ahnung, was mit dem abgeht Boom Boom Das gibt's doch nicht Oh, Elle, was mach' schon nur Jetzt mal was Positives Jetzt kann schon Lasst mich in der Ruhe, ich hab zu viel Schoki, zu viel Schoki gegessen. Achtung, 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 Achtung. Ich muss mal kurz zurück. Ich, ich folge, ich folge dir. Das sind jetzt echt hier die Gesangsstunden. Oh Gott, Elle, was machst du denn? Ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel. Scheiß, jetzt hab ich auch das in Ulti rausgejagt. Komm gleich. War das grad Monique? Ja. Was macht sie? Ähm, nicht zu wenig reden, sie muss ja noch ihren Bericht schreiben. Ist der jetzt eigentlich gerade in Ulm oder bei Monique? Bei Monique. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist so lächerlich ey, der ist die ganze Zeit mit dir. Nee, grad eben war was drauf. Trotzdem. Alter, Behinderte, wie? Äh, nicht wie. Wayne. Wayne. Jetzt zieht die schon wieder ab. Elle, ich hasse dich. Ich hab nicht mehr bald. Ich hab nicht mehr bald. Ich geh doch immer rein, wenn jemand da ist. Bitte, warte. Dann geht raus. Dann geht wieder rein. Dann geht wieder raus. Dann geht wieder rein. Dann geht wieder raus. Dann geht wieder raus. Dann geht alle wieder raus. Ja, ha, 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 ha. Ulti. Für den Arsch. Okay. Hast du? Ja, mach mal deine Ulti. So. Ja, fuck jetzt da. Ich meine Ulti raus. Was war das? Problem fehlt. Problem fehlt. Geist du von mir? Ah, ist Dwayne. Ah, shit. Egal, mach mal Dragon. Achtung, von hinten. Oha. Oho. Einfahnen. Ja, der Grimdu sagt verkackt, wie der weiste. I think not. Blitz kommt Mitte. Ja, dann kriegen sie es halt voll auf dem Fresse. Nein, ey. Komm, ey, das ist so unfair. Der Yi klärt mal wieder. Okay. Okay. Do not confuse mercy for weakness. Level up. I always take the high ground. alter jetzt doch klappt doch irgendwie kauft sich jede katharina hextech obwohl es richtig schlapp ja schlecht ist Soha Nice Ich werde den Tower da blatt machen Komme Ihr könnt da jetzt eigentlich mal ordentlich put... Oh, äh, äh, lecker Lächter Die waren gerade zu dritt auf Top oben All the single ladies All the single ladies Okay Will jemand bloß? Will jemand den bloß? All the single ladies Jaaaah, für den Haaren Hey, keine Chance, man Ich komm mal, Bot, ich kündig's mal lieber an Dankeschön Bitte nicht Bitte, bitte Äh, keine Ahnung, wo die hinzunehmen Wo ist Kayle? Ich komm, glaub ich Nee, Kayle ist Mitte Äh, 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 Ulti weg Übrigens Pass auf bei Kayle, der hat mich hier ja scheiß Ulti Ist ja noch da Ist ja noch da Ist ja noch da fallet Und ich kann hier stark Nichts Wenn jemand Das ist jetzt keine Ahnung, wo die hinzunehmen Erstmal... Ja, danke, Elle. Was soll ich denn da machen? Ja, drauf gehen. Oh, 50 Gold, nochmal Dragon. Ein Wunder wird Kayle an Raum gebannt und Latin. Nein, warum habe ich keine Ahnung? Oh, manchmal, wenn ihr so frayen lässt, ist das unglaublich. Das tut mir leid. Aber warum schiedet ihr die auch so? Ich weiß. Nein, du fragt, das hat mein Fake. Drück W anstatt E. Dann hörst Attacken auf, dass es geht. Kann auch da flippen, oder? Der kann durchgraben, ich weiß. Bestimmt Blue. Nein, machen sie nicht. Ist der da? Wer hat den Blubarb? Mein Schwein ist gerade so fett, ich habe einen Blubarb. Blubarb? Blubarb? Ist auch geil. Das habe ich vielleicht nicht mehr. Ein Blubarb. Ich habe den Blubarb gar nicht gesehen, weil du so fett bist. Oh lol, das ist der zweite, warum die blitzte hier? Blubarb, Drake. Geh mal wieder Bot. Sollen wir uns dahinter? Wir laufen, Blubarb. Bluff nicht so. Bluff nicht so. Wir müssen aufpassen. Boah, die macht so viel Schaden. Da musst du so aufpassen. Pass auf, pass auf. Oh, die hat Ulti gezogen. Sollen wir drauf gehen, oder? Na, wieso ist die so schnell? Das ist doch nicht normal. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ja, gut. Die nimmt uns auseinander. Die ist zu Tagefriede. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass die so schnell war. Ja. Achtung, Rain, 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 Kommt. Deine Schuze, man. Support. Fokuss. Fast. Ja, scheiße. Fast. Ja, scheiße. Entweder machen wir hier noch was gescheites, oder. Oder. Oder was, ey. Auf fließen. Alles klar. Lol. Ah, leck mich doch, ey. Viel Spaß. Ich hasse, okay. Oh, die ist so nervig. Ja, außer wenn du es dasselbe spielst. Ich fühle sie nicht mehr. Weil sie ja so nervig ist. Ey, das ist nicht normal. Jetzt. Geh auch, ey. Geh auch die Frau, wohnen Spaß. Aber die ist wirklich extrem schnell. Ich weiß gar nicht warum. Das auch nicht. Die kann man wohl nicht mehr kriegen, denke ich mal. Oh, lol. Wenn der gebrochen hätte, wäre sie gefallen. Was hat denn, wie das so schnell ist? Bäh. Der kriegt irgendeinen Aufruhr. Sag doch, das ist nicht normal. Du kannst von mir nicht einfach abhauen. Oh, Gott. Ja, das sind die Bestauberungen auf ihre Schuhe. Schnell, los, 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 los. Sehr schön. Ich hab's ja wenigstens bekommen. Ich hab's ja wenigstens bekommen. Ja, natürlich. Klar doch, ey. Ein Alli hat getötet. 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 Wenn du guckst, ist die Verzauberung von ihren Schuhen. Deswegen ist dieses, ne? Fast. das ist richtig geil du kommst nicht von ihr weg das ist total im wahr also entweder du gehst auf sie drauf oder du stirbst oder beides oder beides also unsere nationale bietet ja auch der hat mir den farm hier weggenommen war die top lane das sind sie gleich zu drücken was wer hat diesen champ gemacht ich verstehe es nicht ich bin so ein idiot ohne hirn wahrscheinlich wahrscheinlich aus darf kommen wir machen jetzt sind schädlich alle gleich die guten unsichtbar machen der mütz also unser ziel muss sein das spiel vorbei ist so schnell da hast du recht Sofort tot, wenn ich die krieg, aber ich krieg die nicht. Schon total inbar. Bis auf der Reine. Ja, jetzt haut's ja aber ab, gell. Achtung, Kai. Äh, Achtung, nicht nur Kai, sondern alles. Das ist... Kotzen, ey. Ridiculous. Gehen wir da drauf? Ja, können wir machen. Ich hab Ulti. Ich hab auch gleich Ulti. Ja, niemand folgt dem. Ja, niemand folgt dem. Ja, wir sollten... Wenn wir irgendwo fighten, dann bitte an den Power. Ich hab die halt auch nicht mehr. Power ist einfach nicht... Wir machen Barron. Oder auch nicht. Oder doch. Die wollen machen. Gehen wir auch, Barron. Vielleicht gewinnen wir den Fight. Wer weiß. Diese machen... Die fangen doch nicht an. Die warten da. Die wollen uns nur herlocken. Ja. Oh, die Bastarde. Die sind voll ungefähr. Mimimimimi. Lupa. Oh... Ja. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Das ist so krank. Das ist so krank. What the fuck? Das ist so krank. Nein, nein, nein. Ah, fuck. Ich hab's hier noch bekommen. Ich verarsch mich. Ja, ähm. Die Wayne, was ist die Geschichte? Es wird bis zum bitteren Ende gespielt. Ja, genau. Sieht wohl so aus. Ich mache mein bestes Arbeit von weitem. Ja, weil er bewegt sich nicht mehr und du wirfst deine Spächer nicht vorbei. Ja, der Internet muss nicht gewinnen wegen dem. Ach, du Scheiße. Das ist 4 gegen 5 schon die ganze Zeit. Oh, ich würde es nicht verlieren. Wenn ich 4 gegen 5 bin. Ja, wenn der Wissinn auch die ganze Zeit weg ist. Was ist das? Ich hab nur noch kein Bearing gemacht. Was ist das? Da fliegt was her. Da fliegt was her. Da, da, da. Endlich. Ba-bam. Oh. Wo sind wir? Witzig. Ey, die Wayne ist so gezielt. Ey, das ist unglaublich. Du nattst dich in Sekunden weg. Ich kann kotzen. Flupp. Flop. 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 ähm lol ok passt schon ich geh runter äh da kommt übrigens alles mittel außer die rain wir machen jetzt bestimmt barren dann gehen wir auf wo da ist Lee Sin Lee Shin ja der Lee Shin lass uns barren gehen also er hat schon mal keinen barren also jetzt kommt die gegen 5 das können wir noch nicht verlieren aber niederlich ist nicht da ach du scheiße und dann wird und dann russ ab und dann sind sie als komplette Team auseinander, ne? Ja, Gott, übrigens. Ja, bisschen spät. Ja, obwohl das zu deffen unmöglich ist. Es ist krank, wenn man nicht mal 1 gegen 1 gegen die Wind fangt. Wir sind zusammen. Ich hab doch doch locker Tower Dive, ne? So, ich hol mir mal schnell ein paar neue Sachen. Betten die Dumme hat seinen Buben aufgenommen. Oh, die ist da. Da. Das ist mein Aero. Oh, Mann! Verpisst du dich schön? Ich hab sowas von kein Bock mehr, ey. Ja, das lass uns doch endlich mal aufgeben. Nein. Auch wenn wir das vielleicht irgendwie durch den Ast gewinnen können. Ich hab eigentlich keine Lust mehr auf das Spiel. Das ist nervig, wenn nicht nur 1 Champion Cut macht. Denkst du, wie sie uns entgegne in Feuer gehen? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Jetzt hattest du grad so wenig Leben durch den Speer. Ja. Ja, das war schon voll der Fall. Das ist nur 1 einziges Mal. Wenn ich mal wieder im Leben wär. Ja. Ja. Jetzt beenden sie. Wir hoffen sich gleich. Mach deinen vorste Fall, weil, äh, ich... Jetzt raus, endlich. Nicht. So. Nee, komm nicht. Oh, no, no, no. Ich bin nur als AFK. Ich will dich fertig machen. Das ist nicht normal. Lass dir kommen, ich hab Ulti. Auch Ulti. Gut. Die Ash hat auch Ulti. Hatte Ulti. Alter, die macht so viel Damage. Alter. Das ist so krass. Das ist so krass. Oh, fuck off, Alter. Sie macht so hart Damage. Das war's. Ich danke schon mal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.